Hier ist Electric Drive. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Electric Drive, dem Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Und heute reden wir über den neuen Hyundai Kona Elektro. Unbestritten, seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 hat die Nachfrage nach dem Hyundai Kona Elektro alle Erwartungen von Hyundai übertroffen und das Fahrzeug überzeugt nicht nur die Käufer, sondern auch die kritischen Journalisten. Dank seines leistungsstarken Elektroantriebs, seiner großen Reichweite und seiner Optik greifen über 30% aller Kona Kunden auf die rein elektrische Variante zurück. Insgesamt wurden in Deutschland seit Markteinführung bereits gut 22.000 Fahrzeuge bestellt. In der Zulassungsstatistik belegt der Kona Elektro in den ersten zehn Monaten dieses Jahres bereits den vierten Platz aller Elektrofahrzeuge. Um trotz der hohen Nachfrage kurze Lieferzeiten in Deutschland zu gewährleisten, erfolgt die Produktion des Hyundai Kona Elektro seit März 2020 in der Hyundai-Fabrik im tschechischen Nusevice. Doch Hyundai ruht sich nicht auf diesem Erfolg aus, sondern bringt für das kommende Modelljahr eine überarbeitete Version auf den Markt. Diese fährt mit einer neu gestalteten Frontpartie mit geschlossenem Kühlergrill und der integrierten Ladevorrichtung vor. Da mag man wirklich endlich sagen. Die neuen LED-Tagfahrleuchten und die ebenfalls neuen LED-Scheinwerfer unterstreichen den frischen Look. Vertikale Lufteinlässe vor den Rathausverkleidung verbessern die Aerodynamik und reduzieren Turbulenzen im vorderen Rathausbereich. Horizontal angebrachte und satinierte Akzentleisten werten einen weiteren funktionalen Lufteinlass im unteren Stoßfänger optisch auf. Hyundai bietet für den Kona Elektro 16 Außenfarben an, darunter gibt es acht neue. Je nach Ausstattungslinie und gewünschter Außenfarbe kann der Kunde zwischen schwarz- oder weiß-abgesetzten Dachlackierungen wählen. Doch sprechen wir nicht nur über Äußerlichkeiten, es kommt natürlich auf die inneren Werte an. Mit dem Facelift zieht erstmals ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit in den Hyundai Kona Elektro ein, das optional mit einem ebenso großen Navigations-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts ergänzt werden kann. Mit Apple CarPlay und Android Auto können Kunden viele Anwendungen ihrer iOS- und Android-Smartphones, je nach Ausstattung nun auch kabellos, auf diesem Display spielen. Das ist ein echter Gewinn in Sachen Konnektivität. Das Telematiksystem Blue Link verfügt im überarbeiteten Hyundai Kona Elektro über einen erweiterten Funktionsumfang. Dazu gehört beispielsweise die Steuerung von Fahrzeug- und Smartphonefunktionen per Sprache. Der Innenraum des Kona Elektro ist dunkel gehalten, zur Wahl stehen Sitzbezüge aus Stoff oder in Leder. Alternativ bietet Hyundai ein Interieurpaket mit zwei Grautönen an, bei dem die Sitze mit reinem Leder bezogen sind. Eine neue Ambientbeleuchtung in den Fußräumen der Vordersitze sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Wie beim Vorgängermodell ermöglichen die beheizbaren Sitze der zweiten Sitzreihe den Fondpassagieren im Winter eine wohlige Fahrt. Neu ist der USB-Anschluss im Fond, denn oftmals stellt sich ja die Frage, was länger aushält. Der Akku vom Smartphone der Kits oder die Reichweite vom Kona Elektro? Die Blue Link App auf dem Smartphone zeigt Reichweite, Batteriezustand und die verbleibende Ladezeit an. Das innovative Batterie-Management-System erlaubt dem Fahrer, die Ladezeit an seiner Abfahrtzeit anzupassen oder Zeiten auszuwählen, in denen Ladestrom besonders preiswert zur Verfügung steht. Sobald der Hyundai Kona Elektro mit einer Ladesäule verbunden ist, kann der Nutzer den Ladevorgang per Knopfdruck auf seinem Smartphone über die Blue Link App starten und stoppen, sowie den Innenraum in der kalten Zeit elektrisch vorheizen oder aber auch im Sommer kühlen. Das ist vor allem für die eigene Wallbox im Eigenheim interessant, denn öffentliche Ladesäulen sollte man natürlich nicht zuparken. Doch was kommt unter die Haube? Wie bisher bietet Hyundai seinen Kunden auch bei der Modellpflege vom Hyundai Kona Elektro die Wahl zwischen zwei Batterie-elektrischen Antrieben. Die Version mit der 64 kWh großen Batterie verfügt über einen 150 kW, also 204 PS, starken Elektromotor, der den Kona Elektro in 7,9 Sekunden auf Landstraßentempo beschleunigen kann, sofern man da noch 100 kmh schnell fahren darf. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 167 kmh. Der Kona Elektro mit 39,2 kWh Batterie und 100 kW, also 136 PS, starken Elektromotor erreicht die 100 kmh-Marke in knapp unter 10 Sekunden und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von abgeriegelten 155 kmh. Beide Motoren verfügen über einen Drehmoment von 395 Newtonmeter. Die Reichweiten liegen nach WLTP-Normen zwischen 305 bei dem kleineren Antrieb und 484 km bei dem größeren Antrieb. Im Hyper-Miling-Versuch auf dem Lausitzring schaffte die 64 kWh-Version über 1000 km mit einer einzigen Batterieladung. Allerdings hat das nicht viel mit der Realität zu tun. Der Fahrer kann über die Wippen, die hinter dem Lenkrad montiert sind, die Intensität der Rekuperationsbremse einstellen. Der Kona Elektro erlaubt außerdem dreiphasiges Laden über einen 11 kW Onboard-Charger und an einer 100 kW Gleichstromschnellladesäule dauert das Aufladen der Lithium-Ionen-Polymer-Batterie von 10 auf 80 Prozent nur ca. 47 Minuten. Schon der aktuelle Hyundai Kona Elektro verfügt über zahlreiche Assistenzsysteme. Dazu zählen ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung und Stoppfunktion, ein Spurfolgeassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung oder ein Aufmerksamkeitsassistent. Beim Facelift erweitert Hyundai diese Funktion. Zum Angebot zählen ein Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion und ein aktiver Totwinkelassistent mit Ausparkfunktion. Besonders wichtig für Familien, ein Ausstiegsassistent warnt akustisch, wenn beim Verlassen des Wagens Gefahr durch näher kommenden Verkehr droht und er verhindert das Öffnen der Funktüren. Der Insassenalarm warnt mit Hupe und Warmblinkanlage, wenn der Fahrer den Wagen verriegelt, obwohl sich auf den Rücksätzen noch Insassen befinden. Darüber hinaus verfügt der überarbeitete Hyundai Kona Elektro auch über das automatische Notrufsystem eCall, das die Rettungsdienste selbstständig alarmiert, sobald die Airbags ausgelöst werden. Alternativ können die Insassen eCall auch manuell per Knopfdruck aktivieren. Hoffen wir einfach, dass es niemals zu diesem Fall kommen wird. Unser Redakteur Jens Straben hat zum neuen Hyundai Kona. Hyundai hat hier an den richtigen Stellschrauben gedreht und vor allem viele Wünsche der potenziellen Kunden umgesetzt. Der Kona Elektro wird auch weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen. Und unser Chefredakteur Frank Greif ergänzt, zu den vernünftigen Elektroautos gehörte der Kona schon immer. Mit dem Facelift gewinnt er auch optisch und Features wie ein 11-KW-Lader in der großen Motorvariante und Wireless Carplay machen den Koreaner noch begehrenswerter. Das Facelift des Kona Elektro wird ab Ende Januar 2021 im Handel verfügbar sein. Informationen zu den Ausstattungsvarianten und Preisen folgen in wenigen Wochen. Anhänger darf der Hyundai Kona Elektro übrigens nicht ziehen, bekommt aber für Fahrradträger eine Stützlast von sagenhaften 100 Kilogramm. Die Frage an euch, was sagt ihr zum Hyundai Kona Elektro Facelift? Schreibt es uns in die Kommentare. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.